Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man mit einem 144Hz Monitor oder höher spielt. Einige Schlaumheil von euch werden jetzt sagen, hä, aber bei YouTube kann man doch nur maximal mit 60fps Versuche landen. Unterlegt ja auch gar nicht falsch, es stimmt ja auch, aber Leute, ich kann mit meinem Schnittprogramm die Dateien so rendern lassen, dass es sich ungefähr anfühlt wie 144Hz und 240Hz halt. Und je höher meine FPS sind, desto smoother ist es dann natürlich auch, desto weicher fühlt sich dann das Gameplay an. Und genau das möchte ich euch heute zeigen, falls ihr auch am Überlegen seid, ob ihr euch einen 144Hz Monitor kaufen wollt, dann könnt ihr euch ja dieses Video anschauen und ungefähr euch vorstellen, wie es sich dann anfühlen wird, wie es ausschauen wird, wenn ihr so einen 144Hz Monitor habt. Falls ihr dann auch keinen Plan habt, welchen 145Hz Monitor, rechts oben in der Infobox habe ich euch gerade ein Video verlinkt. Und da werde ich über 244Hz Monitor und einen 240Hz Monitor reden. Also schaut euch dieses Video dort an, falls ihr einen 144Hz Monitor euch kaufen wollt. Und dann fangen wir auch direkt an. Let's go. Und dann fangen wir auch direkt an. Let's go. So bullshit dieses Spiel einfach. So bullshit dieses Spiel einfach. Dann fangen wir auch direkt an. Let's go. Okay. Okay. Oh, ja. Fortnite. Richtig geil, Digga. Ist das so ein Scheißernst? Hat er es nicht verdient. Sorry, muss ich machen, Leute. Oh, Cheaton. Ey, wenn er dieses Video sieht, wenn du gerade dieses Video siehst. Du bist so schlecht einfach. Hör einfach auf, du kannst nicht einfach da alles zumachen. Du bist einfach zu schlecht. Schau mal, der hat nicht mal einen Plan, was er macht, sobald ich einmal die Wand kriege. Hello. Okay. 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 Sehr schlechte Entscheidung. Sehr schlechte Entscheidung. Okay. 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 Okay.